Yo, hi, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Ani Roy Pee. Wir heißen euch willkommen zurück zu ich glaube es ist ein boss level meins nicht ja also reis posten ohne ohne vorspieler ja so aussieht hier ist eins dieser gewählen wirklich hier gelandet da sind ja schießt da haben wir kommen die so schnell her moment mal haben wir etwas schon anjuriert ich bin auch sehr ehrlich sind total was ich glaube die flunkern oder du bist es ja ich glaube die flug an der festigkeit ja hier liegt doch hier die lügenbeutel ich brauche meine juwelen jetzt sofort in der ja ich weiß das soll so irgendwie so verrückt aussehen aber aber was soll ein dosen kondor ja genau ich weiß ich weiß ich glaube ich habe es jetzt bis sich auf uns meinst du wir haben den beärgert ja vom stech über die frage alles in diesem glaube also nicht so schön wie wir sind uns umbringen wenn es nicht auch hier geblieben das ist ein flugzeug so lange einer nicht betroffen wird ich bin jetzt schon ein bisschen anspruchvoller als in die poste jetzt schon also ich finde den noch relativ simpel ja das war mein erster was und die mauerwurf man muss sie gewesen auch nicht wirklich schwer hat man ja mehrere phasen getroffen hätte das war ein cooler tanz ja durch folge sehr cool falsch knapp ihr stöpsel niemandem gestürzt ja man hasse ja ja dafür wäden ja 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 das kann wir lernen ja genau das rot ja genau wir sind die fahrt und zu der uns passt wo ich uns hier alle wohl fünf welten gibt es wenn wir noch hier bei haben der bus abgelebt ja das war ich muss wirklich sagen es gibt es gab nichts zu sammeln also keine herzen kein gar nichts okay gar nichts dann so gut würde ich mal sagen ziel origami geil gärten und daher das scheint die zweite welt zu sein was ist los joshi war das was sie los ihr sammelt traumjuwelen dazu ihr kärchen ich bin bald hasser ich weiß alles was es zu wissen gibt könnte sich lohnen einen blick hier aufzuwerfen die traurige wählen die ihr sucht sind hier hier und hierhin geflogen ich sag's ja ich weiß alles sind wir hier rein wo ihr sie so liegt bei euch hier macht das schon sprust länger und jetzt gehen weg warum bald das euch am letzten sei es auch gepackt weil ich will gegen jemanden kämpft der bald hat er ist oder getroffen hallo willkommen in den origami gärten weiter wollen muss man sich entscheiden welchen weg man gehen will ok ich bin mal eben die karte gucken also hier sind hier und hier geht es drei wählen muss ja weil dann fehlt uns ja immer noch eins vielleicht sind hier mehrere level also ja ich muss schon sagen wenn die zweite welt ist doch relativ riesig ich war ja das ding auch noch was hat es doch gesteckt ein pettel geil war das die gab es auch schon in joshis island muss er aufpassen sich als blumen wir können sie jetzt einfach nur wagen jetzt haben wir jetzt überhaupt schon ausgemacht die blaue eier machen die jose monti und die jetzt gebe ich da ist was klingt doch irgendwas ich würde das ist ein geschenk ich habe ein geschenk gesehen das hintermacht auf die pflanze werden ja was denn dachte es mir so ein ei nein ach was tun verließ aber nicht alle herzen ja könnte man einfach so eingehen sogar pop pink geld geld begeht die welt monty's ja 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 und dann haben wir noch probleme ich habe nicht mitgekriegt eigentlich im moment ganz gut in die sammeln oh mein gott ja bis jetzt noch dieser besser okay wieder voll versteckt sich nicht ich habe mir mal ein blaues kleines monty jetzt sind die großen ja man sich erledigt nein nein wir haben die blühen noch was antwort gibt es ja nicht haben wir ja schon wieder was verpasst hat man bin ich gut zeigen den feiern alle gar nicht ich habe ganz alleine herausgefunden du hast nichts dazu beigetragen ihre aggressionsprobleme das ist immer noch nicht bekommen haben ja ich hatte ihn so getriggert ich hatte ja schiefst du die peste einigen die fressen da tut auch immer da war man eigentlich sichtbuch und da tun jetzt wird das nix Hmm Dreck Was gespawnt Okay, backtracking Wir haben so alle blumen gefunden Das war nicht alle münzen aber Aber ach, wart diese Diking Wie verstehen sie Gefällt mir nicht Vielleicht noch Aus match Ich glaube das ist ein roboter level Mal gucken Irgendwann anders Also Monty Maulwurf Marathon match Na, was machen wir jetzt mit dem Die schnappen uns Siege viele Monty Maulwürfe Okay 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 Ah Ah 4 Ah Ah Das hier Auch gut Ich meine Ich hoffe Ich habe das auch Sachen zusammen Ich habe da noch leid ja blume war mal 45 keine ahnung neun ja ja gerne will ich jetzt ein josh töten kommt die in der luft ich will ja eigentlich essen und da man die dauerung der 20 abkunft gestürzt ist ja ja würde auch gerne ja ich habe ein geschenk gesehen in der grund aber auch wenn ich mir jeden einzelnen dann geht weiter die zwei nein jetzt haben wir eine kohle bekommen ja dann bereits konnte sie es nicht machen sterben wir haben eine goldkrone bekommen können wir haben nicht 100 münzen wir kommen nicht mehr zurück ja einmal unseren drei münzen gefehlt dann hätten wir doch noch 100 bekommen dadurch die eier bekommen wir nämlich auch noch mal ein paar münzen aber hey wir haben ja alle blumen das ist ja alle herzen also müssen wir nur münzen und noch die roten finden wir haben wir noch mal so ein geschenk war ja werden wir schon finden hier normal ja noch mal jemann und die martin match 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 go 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 wir haben priorität und dann im moment einiger halten müssen wir abgestürzt ich bin auch nicht perfekt ok jetzt sehen zu bekommen wollte ich gerade sagen wer vielleicht ich habe immer ein gesammelung uns noch mehr münzen besorgt ich will sogar ein joshy töten ein wir sind doch gerade erst am anfang die blumen bringen uns jetzt auch münzen ja wenn ich das wusste noch nicht schon wieder was gelernt was ist wenn du mich nicht hättest er ist wahrscheinlich jemand anderen wenn sich jemand anderen in meinem leben gestorben ich wusste es war geschenkt jetzt dabei weiß nicht ich glaube ich kann mir jetzt gleich erst ich habe da auch den hintergrund und dabei wir bringen uns ich glaube ich habe ein geschenk gesehen wenn ich bin ich bin ganz sicher sie einst gesehen haben wir noch suchen ja ich glaube jetzt müssen wir noch auf dem dachten ja wie viele minuten haben wir 27 27 das ist mehr als 23 ja dass wir brennen einen part ja und sagen dass es bis zur nächsten folge bei 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 bei